Der Jagdkurs war sehr informativ, eine gute Truppe mit guten Ausbildern, denke sehr komprimiert, nicht immer am 18. Feierabend, sondern auch ein bisschen abend hinein, schönen Gruppenarbeit, wo man was lernen konnte. Zwischendurch vorrangig ist Essen, sei es Mittag oder Abend, fast Sternenniveau. Wie ich von meinen Jagdschülern gehört habe, sind die Unterkünfte sehr gut hier. Prüfungsbereitung, Vorbereitung waren gut. Wir sind zu den ersten beiden Prüfungen, denke ich, ganz fit hingefahren, haben diese alle gut gemeistert und hoffen jetzt auf die letzte Prüfung, dass wir es genauso gut machen. Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr informativer Kurs. Es hat Spaß gemacht, es wurde alles sehr gut rübergebracht. Ich habe viel gelernt. Ich fühle mich fit für die letzte Prüfung. Also, und es wurde alles sehr gut ausgebildet. Schießen. Ja, rundherum eine runde Sache, würde ich sagen. Sehr gute Ausbildung, sehr gute Ausbilder, hervorragendes Essen, sehr gute Unterkünfte, nette Bedienung, alles zusammengesehen als A. Ja, wir haben hier viel gelernt. Für die letzte Prüfung bleiben keine Fragen mehr offen. Ich hoffe, dass wir es alle auch schaffen werden. Und ich bin zufrieden mit dieser Jagdausbildung hier und freue mich auf meinen Jagdschülern. Ja, super Sache. Jeden Tag weiß nicht mehr. Und vielen, vielen Dank. Alles Bestes. Wir hoffen, dass wir morgen alle mit diesem Team auch durchkommen. Sehr guter Lehrgang, sehr informativ. Wir haben alle viel gelernt, die Zeit. Wir haben ordentlich zusammengehalten, auch beim Brauchtum. Es ist eine super Unterkunft, kann man nur empfehlen. Und ich hoffe, auf die letzte Prüfung werden wir schon. Wir haben hier auch sehr viel gelernt. Und ich hoffe, wir müssen gut gewappnen, für die erste Prüfung, die Unterkünfte auszubauen, auch du. Danke. 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 Danke.